Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge PaceBit20 und zwar habe ich seit langem jetzt keine SBCs mehr euch gezeigt als WDG und ja mir hat mir auch irgendwie die Lust dabei gefehlt und ja es sind jetzt neue SBCs draußen. Ich habe jetzt eigentlich jetzt wieder die 100% geschafft und es gab ja auch das Bingo, was neu war, gab es jetzt seit knapp einer Woche, momentan mein Spiel ist es auf 93 gelevelt, also ich werde es noch auf 99 schaffen, für das zweite Badge, das dritte Badge, würde ich noch gucken, muss ich noch neu mal die beste Liga schaffen. Ja auf jeden Fall werde ich jetzt auch anschließend ein paar Gefühls machen und zwar falls irgendwas braucht, könnt ihr mich gerne anschreiben, wie ihr seht. Also ich habe jetzt auch momentan noch nicht so viele Karten, okay 90.000 Duplicates, die Mehrheit war Gold, Silber und Non-Rare, so gesehen. Und ja, die WDG habe ich momentan noch nicht geschafft und ja vielleicht schaffe ich die jetzt auch, wenn ich dieses Rainbow Pack habe oder ich öffne halt dieses Open Packs und ja, dann hoffe ich, ihr habt Spaß bei diesem Video. Und falls du noch andere SBC-Hilfe braucht, könnt ihr mich gerne auf Discord anschreiben oder per Instagram und mit einem Like und Abo, wäre ich zufrieden, weil ich auch bald die 200 Abonnenten habe und ja, dann sehen wir uns bei den SBCs. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020